du handelst aber nicht drin ist aber du handelst guten tag und quinn spielst du auch naja okay ich will gar nichts mehr zu verkaufen kann das sein was hast du anzubieten hast du karten serikanische satteltaschen wow oh mein gott die sind krass die sind aber auch verdammt teuer mein freund 900 kronen ich glaube die sind es mir aber nicht wert das ist schon sehr viel ich habe es leider auch sonst nichts dabei dass du mir abkaufen könntest so ein paar büchern das war es dann aber auch ja würde ich noch mal sagen schnelles gewinnspiel ich will karten spielen sieg ist sehr bedrohlich also der dürfte ja jetzt wirklich nicht so schwer sein kann jetzt oh nein ich habe vergessen zu nach wesel mir zu gucken verdammt gutes wetter spion gut sehr viel an belagerung ich denke die brauchen wir nicht okay ja dann damit können wir doch was anfangen ich fange mal mit dem spion an okay okay ja ich würde dem die runde direkt mal geben die erste okay eine bleibt liegen tatsächlich unser spion bleibt liegen lustig jetzt passt er und gibt uns damit die zweite runde das heißt dann kommt es gleich auf die letzte runde an da können wir alle unsere einheiten dann ausspielen aber wir brauchen sechs punkte das heißt ich muss eine meiner belagerungsmaschinen hier opfern um die runde zu entscheiden ach schade leider keine enge bindung aber gut nicht schlecht okay auch nicht schlecht ja ach die oder auch noch hey was ist denn mal diese normalos hier in novigrad was ist denn bei denen los die gehen ja mega ab die gehen mega ab was haben die für karten einfach so ein unscheinbarer typ hier um die ecke die krassesten karten oh mein gott okay damit habe ich nicht gerechnet oh shit ja gut das ist nicht schlimm ich kann leider nicht so schnell rechnen dass ich jetzt sagen könnte das schaffen wir noch oder das schaffen wir nicht ich muss jetzt mal gucken erst mal die anführer karte einsetzen würde ich sagen ich glaube da habe ich ja die höchsten werte eigentlich weil die werden ja nicht mit betroffen vom horn das heißt das kann ich eh nicht mit zählen hier haben wir 15 und hier haben wir mehr glaube ich die hatten ja alle sechs punkte oder ja aber ich glaube das reicht nicht verdoppelung ich habe gar keinen bock mit denen zu spielen hier tschüss ich gehe jetzt zum bettlerkönig kai des bettelkönigs sympathisch interessant interessant interessanter typ bitte lass mich allein nun gut wird zeit dass wir was klar stellen zauberin ja höchste zeit meine männer und ich kommen prima ohne dich oder andere magie aus während ihr nun ohne unsere hilfe wird der leichte beute für die tempelwache wen haben wir da gerald hallo triss wie ich sehe kennt ihr euch wie ich sehe kennt ihr euch sogar gut ich war neugierig ob du mich finden würdest hexa hm deine spione haben dir gesagt dass ich die stinkende hecke suche ich wäre längst fischfutter wenn ich das ohr nicht am boden hätte und stinkende hecke scheußlicher name für unser gemütliches versteck meinst du nicht hm wie nennst du dann diesen ort hier weiß nicht garten der freiheit vielleicht für jemanden der bettlern und dieben tribut abknöpft bist du überraschend romantisch du sagst tribut ich sage steuern du sagst die ich sage hart arbeitende außendienstler siehst du hexa ich habe pläne weitreichende pläne diese stadt komplett auf den kopf zu stellen warum verschaffst du dir keinen sitz im stadtrat der stadtrat besteht aus marionetten und der puppenspieler ist der hierarch des ewigen feuers oder was bis radowit und seine hexenjäger die zügel übernommen haben anscheinbarer macht bin ich nicht interessiert ein mann mit weitblick eines tages wird die sogenannte freie stadt novigrad wirklich frei sein aber zuerst müssen wir den aberglauben loswerden das gebrabbel über die geheiligte essenz des ewigen feuers ist doch kinderkram wirklich die hinrichtung hat die massen begeistert die meisten davon waren erwachsen jeder mob beklatscht den gestang brennenden fleisch aber eines tages begreifen die leute dass das ewige feuer nichts als eine schlinge um ihren heim ist man nennt diesen ort die stinkende hecke aber es ist novigrad das stinkt dies hier ist die letzte bastion von vernunft und verstand schön dass jemand wie du in unsere stadt gefunden hat denn eines tages wird die stadt uns gehören gerald denk an meine worte unsere stadt ja meine und die meiner freunde aber das ist eine andere geschichte fürs erste lasse ich euch zwei alleine es ist ja offensichtlich wie nötig ihr das habt gerald ich muss einiges in der stadt erledigen ich komme gerne mit was habt ihr für eine abmachung benutzt er dich hilft mir eher beim überleben wenn mir vor sechs monaten wenn jemand gesagt hätte triss merigold arbeite für einen novigrader kriminellen ich hätte es nicht geglaubt vor sechs monaten musste triss merigold sich von jemanden trennen der ihr sehr viel bedeutet hat und ein neues leben okay wie schade dass du gehst keine sorge ich bin bald zurück ein bisschen sehr viele sachen wegen wichtiger angelegenheiten in novigrad wichtig wird der sache nicht gerecht ich suche jemanden wen genau eine junge frau die für mich wie eine tochter ist sie hier nein unmöglich sie war hier dafür gibt es zeugen und beweise ich hatte gehofft dass du etwas weißt du bist schon eine weile hier du musst mir helfen etwas zu finden irgendwas eine spur natürlich ich tue was ich kann wer könnte nur mehr wissen ich glaube ich habe mich beperst ich glaube ich habe mich beperst ich habe nur einen einzigen ich denke wo gehen wir denn hin überhaupt hallo sprit hast du die zutaten für den magischen duft bekommen ja mit einigen schwierigkeiten könnte man sagen ich war mit einem sack voller schätze für dich am kanal unterwegs da sah ich drei tempelwachen auf mich zukommen komm zur sache sprit keine zeit für eine deiner langen geschichten heute warte ein sack voller magischer zutaten und die wachen kamen direkt auf mich zu ich bin kein feigling aber da brach mir der schweiß aus mir blieb keine wahl ich warf den sack ins wasser als sie mich befragten sagte ich es wäre eine tote katze drin gewesen nicht zu fassung dass sie mir geglaubt haben ich brauche die sachen sprit ich stehe unter vertrag sie liegen im kanalbett zum glück waren sie schwer genug um zu sinken du findest sie bestimmt wenn du suchst ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten dreck nach meinen sachen tauchen das kann ich machen wo hast du sie reingeworfen beim kran zweite brücke vom hafen solche ergebenheit habe ich nicht erwartet ich wollte mich sowieso erfrischen gehen wir halt hört ihr sie kommen uns holen der idiot hat dicht gehalten der sich in die färbeln gesport habe jeder hat seine wunden punkte ich hab mal einen magier verhört dem konnte schmerz nichts anhaben fingernägel rausreißen eier zermalmen nicht aber er war kitzelig ich legte ihm einen käfer auf den bauch setzte einen becher drauf und der magier wurde fast irre wir haben noch mal glück gehabt aber ihr geht besser durch die kanalisation raus die falltür ist im boden pass auf dich auf sprit na dann warum sollte er das tun da ist irgendwas oh mein gott verschone dich nicht oh ok kommst du allein klar? oh ich muss wohl helfen sie sich nicht verraten ich muss nicht die ihn befinden er nimmt der auch nicht her geschickt der er wird die die geheim passager oky ich guck gleich sind da kommen so viele zwischen sequenzen dass ich gar nicht weiß hab ich auf die cam gerade anmachen soll wieder. Geheimgang. Rüstung der Krippe Frejas. Ebel. 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 Ebel? Mhm. Offiziell heißt es, dass Novigrad neutral bleiben wird. Aber das glaubt wohl niemand mehr. Hallo zusammen, ich melde mich hier gerade aus der Zukunft. Leider war ab diesem Punkt bis zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt im Spiel die Aufnahme leider unbrauchbar, beziehungsweise wäre für euch auf jeden Fall nicht schön anzusehen gewesen. Deshalb nehme ich jetzt hier nochmal den Teil neu auf, der nicht gelungen ist, und hänge es dann an den anderen Teil ran. Los geht's. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Klingt nicht so überzeugend für mich. Ich hole jetzt auch nur einmal schnell den Sack. Weil an dem Punkt, an dem sich der neue Spielstand befindet, da habe ich natürlich das ja alles auch gelootet. Schnell zurück zu Driss. Ich hopp deinen Sack. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist dein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. Sechs Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt. Ich zum Beispiel. Ich habe doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich bin ein Hexer. Ich habe genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm. Also schön. Die erste Rate. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Mach auf! Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten? Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich sehe sie jetzt gern in einer königlichen Beraterung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten. Und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber. Und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Genau. Lass uns einfach den Rattenkot hier suchen. Der Kerl gefällt mir nicht. Frandon? Mir auch nicht. Das stimmt zwar, aber ist Dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Falschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Man sollte aber trotzdem vorsichtig sein. So. Das war's. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? Jetzt warten wir, bis Sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt. Wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des Temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß. Aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert. Aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Yen? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltaugen schwatzen lieber als zu arbeiten? Die Arbeit ist getan. Gerald, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Gerald. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Gerald. Wenn du meinst. Gut, wir haben's besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Willst du was aufs Bauch? Was jetzt? Aufheben! Von beiden Seiten! Na. Na, wie lange soll ich noch? Das war's. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss, reingelegt wie ein Kind, wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ja, los. Auf zu dem Penner. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt. Oder das Warenlager, wenn ich's ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. G-G-G-G-Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gerne. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich hab ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonk her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Wenn ich ihr keine Hoffnung machen will, antworte ich ein bisschen distanzierter. Danke für alles. Bis dann, Triss. Mhm. Bis dann. Wo finde ich dich, wenn ich dich brauche? Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Wir sehen uns. Oh. Genau. Und an dem Punkt startet dann auch quasi schon so gut wie die nächste Folge. Ich war dann nur noch einmal beim Schmied, habe ein paar Sachen verkauft und auch ein neues Schwert gemacht. Ja. Und ja, da startet dann aber auch wie gesagt danach direkt die nächste Folge und dort gehen wir dann zur Träumerin. Macht's gut. Ciao. Ja.